Hallo und herzlich Willkommen bei Tolleschall Immobilien. Mein Name ist Ingrid Tolleschall. Heute zeige ich Ihnen eine wunderschöne moderne Dachterrassenwohnung in Mödling. Kommen Sie mit mir und sehen Sie sich diese Immobilie an. Die Wohnung liegt in einem Objekt in der Gabrielerstraße, nur wenige Schritte vom Bahnhof Mödling entfernt. Die 130 Quadratmeter große Dachgeschosswohnung liegt im dritten Stock und ist sofort beziehbar. Vom zentral gelegenen Vorraum kommt man in alle anderen fünf Zimmer sowie in die Nebenräume. Erst vor kurzem wurde die Küche völlig erneuert. Die Tarnküche ist so wie die komplette Wohnung hell und freundlich. Die Markenküche ist komplett ausgestattet mit Kühl-Gefrierkombination, Geschirrspüler, Backrohr und sie verfügt über eine praktische Durchreiche ins anschließende Esszimmer. Ebenfalls erneuert wurden die Parkettbrüden in den Räumen. Prunkstück ist die rund zehn Quadratmeter große westseitig gelegene Terrasse, die vom großen Wohnzimmer aus zu begehen ist und einen herrlichen Panoramafernblick über die Dächer von Mödling bis zum Wienerwald bietet. Das Wohnzimmer verfügt auch über einen Kaminanschluss. Die Wohnung wird über eine Zentralheizung beheizt. Erneuert wurde in letzter Zeit auch das Badezimmer mit Wannenbad. Daneben verfügt die Wohnung auch noch über ein zweites Bad mit Dusche und Waschmaschinenanschluss. Weiters gibt es ein Schlafzimmer sowie zwei weitere Räume, die als Kinder- oder Arbeitszimmer genutzt werden können. Einer davon mit begehbarer Garderobe. Der Vorraum wurde neu verfließt und die Raumhöhe beträgt luftige 2,6 Meter. Inkludiert sind beiters ein Kellerabteil sowie ein Garagenplatz für einen PKW in der Tiefgarage. Gerne zeige ich Ihnen diese Wohnung auch persönlich. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Ihre Ingrid Tolleschall.